Das besoffene Vieh in dem Chat, ey. Äh, in dem, ja. Overlay. Ich geh erst mal schlafen, gute Nacht. Danks Hacker, du hast einen Rhythmus wie... Ja. Ne? Thüringen und Sachsen. Shiny Panzer, Aaron! Was? 5% ey, what the fuck? Geile Scheiße! Oh mein Gott! Das war die dritte Gruppe, die kommt. Und es ist ein Shiny. Es ist genau das in der Mitte, ne? Ach du Scheiße, ey! Oh, sorry, ich hab grad übelst laut geschrien. Das heißt, die Dex-Navi-Suche fällt weg. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck? Ach du Scheiße, ey! Ja, sorry, ich hoffe, eure Ohren leben noch. Aber das, das war jetzt sehr krank, ey. Das wie heißt es, Pandir, ne? Das kommt zu 95% hier in Massenbegegnung und nur 5% Panzer, Aaron. Und es kommt einfach mal Shiny Panzer, Aaron. Nein, der lebt noch! Nein, der lebt noch! Robustheit! Will der mich verarschen? Oh mein Gott! Du Arschloch! Oh Mann, das kann eine Weile dauern, aber WTF! Ja! Oh, krank! Daumen hoch dafür! Ja! Passt auf, jetzt killt er es am Arsch! Hat eh Robustheit, wird nicht gekillt. Und es ist ein männliches sogar. Na? Habt ihr gedacht, ich greife das in der Mitte an? Natürlich nicht! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Heute geht's rund. Erst kommt ewig gar nichts, dann wechselt man die Route und dann kommt gleich das übelst seltene Pokémon, ne? Aber jetzt senkt die meine Genauigkeit! Sag mal, hört auf mit der Scheiße! Hallo? Na toll, jetzt treffe ich nichts mehr! Oh Mann! Doch, Mundgewalt trifft! Sehr gut! Trifft Mundgewalt immer? Ne, weiß ich nicht! Keine Ahnung! Könnt ihr mir ja mal schreiben! So! Genau, ne, Verteidigung! Sinkt! Achso! Okay! Vielleicht hab ich mich auch einfach verguckt! Und die haben... Aber die haben doch auch Genauigkeit gesenkt mit Sandwirbel, ne? Ah, bin total fertig grad, ey! Du Scheiße, Mann! Ah ja, jetzt treffe ich auch nicht mehr, okay! Komm schon, kill es! Sehr schön! So, und da, jetzt, äh, müssen wir nur noch das Shiny fangen! Trifft nicht immer! Ja, ja, okay! Ja, dann war das einfach nur Lack! Gut, Hypnose muss ich jetzt auch noch treffen! Oh, das kann jetzt dauern! Ja! Mehr Lack kann man nicht haben! Ein männliches, mit Robustheit und dann noch 5% Panzer-Aero! Wow, herzlichen Glückwunsch! Ob das viel Robustheit hat, weiß ich nicht! Aber das andere hat das auf jeden Fall! Ja, übel geil, Mann! What the fuck, ey! Oh Gott! Ja, aber kommt! Man muss dazu sagen, dafür finde ich, äh, nie was anderes! Wie lange haben wir auf dem Flormel gesucht, was 100% hatte? Und das kam einfach nicht! So! Irgendwann muss ich ja auch mal Glück haben, ne? Los, rein mit dir! Komm schon! Yes! Bester Wurf! Nice! Ja! So! Von hier aus sieht's gar nicht so shiny aus! Haha! Ich kann kein Twitter-Bild machen!